Wenn du Bewerbungen schreibst auf einem Computer, wo schreibst denn du die? Du musst das sowieso mit mir machen, ich hab noch nicht eine Bewerbung geschrieben. Ich hab jetzt ein Scherz. Nein. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, lieber Daniel, happy birthday to you! Das ist Familie, schaut euch das an. Jawohl, die Steigerung ist kicchi. Insgesamt hab ich fast 3000 Euro an Schulden. Du bist vom Arbeitsamt wieder heimgegangen, hab ich gehört, ohne dass du drinnen warst. Alle fachlichen Voraussetzungen hast du nicht. Abschluss 9. Schuljahr hast du nicht. Jetzt hast du es wirklich bewiesen, du bist das dümmste Kind, was es auf dieser Welt gibt. Wirklich, ohne Scheiß. Willst du es nicht fahrt, irgendwann? Nö. Irgendwann schon, aber... So viel Zeit und kein Leben.